Halli hallo hallöl hier der Oz. Willkommen zu einer neuen Runde Trained Fever und in dieser Folge werden wir beginnen unsere Linie S1 um eine letzte Haltestelle zu erweitern. Wir fahren von hier oben nach noch weiter da oben. So wie habe ich denn eigentlich? Schöchleinsmühle. Was ein Name. Wie auch immer. Höhenlinien haben wir schon an. Schauen wir mal wie es weitergeht. Eigentlich kommen wir hier auch gut hoch. Die Frage ist wie wollen wir weiterkommen. Wir wollen von hier oben nur noch Zerv anschließen. Und da wären wir fast am besten kommen wenn wir hier unten rausfahren. Oder das ganze mit dem Tunnel lösen. Das ginge sogar noch schneller. Kostet nur halt viel 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 Geld. Auf jeden Fall können wir unseren Bahnhof hier her setzen. So. Da wollen wir hin. Und raus kommen wollen wir auf, Moment, diesem Gleis. So. Eigentlich können wir hier auch gleich. Die Flussüberquerung wagen. Bleiben dort was mögliches. Hier ist es schwierig. Geben mal ein Stück zurück. Und hier geht es auch gleich rüber. Bremst zwar ganz schön die Geschwindigkeit. Wollen wir an der Straße vorbei. Da kommen wir hier. Ich hoffe, das Nebengleis hat dann auch noch Platz. Ja, das stelle ich später fest, dass es angeschlossen ist, weil es noch nie so weit ist. Aber danke fürs Bescheid sagen. Und das ist dieses Gleis. Was sind das hier von der Aufschüttung? Das geht noch. Die Landschaften sind ganz so verschandelt wie auf unserer letzten Strecke. Und dann brauchen wir definitiv den nächsten Zug auf dieser S1-Linie. Denn drei werden das nicht mehr schaffen. Kommen wir jetzt hier rüber. Das ist ja manchmal ein bisschen so ein Ding. Genau, das meine ich. Bei den Flussüberquerungen ist das manchmal ein bisschen unschön. Nie schön, aber selten. Und dann wechselst du hier raus. So, ein Fahrtsignal. Und gleich die nächsten Linke dran. Diese vielen Signale unterwegs braucht man natürlich je mehr Züge hier vorn. Weil die Züge reservieren ja immer den Streckenabschnitt vor sich. Und jedes Signal ist ein Streckenabschnitt. Wenn da weitere Erklärungen gewünscht sind, bitte einfach unten Kommentaren melden oder mal so anfragen. Dann würde ich bei Bedarf auch mal ein extra Video zum Thema Signale und Weichen machen. Was man da so falsch und richtig machen kann. Und wie das alles so funktioniert. Ansonsten gehe ich erstmal davon aus, dass wer hier zuschaut, kennt das Spiel auch ein bisschen. Und ist da schon etwas versierter. So, die Linie S1. Hier aber mal eine Haltestelle hinzufügen. Danach nehme ich Dich. Und danach fährst du zurück nach Duckendorf. Nicht nach Schöchleinsmühle. Das muss ich mal immer merken. Genau, dann Dittford und wieder Duckendorf. Das dürfte den Tag doch gleich wieder ordentlich hochhauen für die Strecke. Genau, wir sind auf 14 Minuten. Und jetzt brauchen wir definitiv noch mindestens einen Zug. Wo steht denn unser Depot? Das steht ja noch weiter unten. Dann möchten wir oben den Bahnhof auch noch anschließen. Hier steht es. Bist du das richtige Depot? Ne, du bist das falsche Depot. Genau. Hier bei Deckendorf warst du. Hier müssen wir erstmal einen gleichen Zug kaufen. Sonst ist der eine einfach schneller als der andere. Und die fahren sich gegenseitig auf. Haut uns einen Takt auf 10 Minuten. Das ist gerade so in Ordnung für die lange Strecke. Wir werden bald schauen. Da wird sich bestimmt bald sogar noch einen Zug drauf rentieren. Hier sind wir mit der Strecke überhaupt jetzt hier oben so. Mit der Strecke Führung alles in Ordnung. Da läuft es durchgängig zweigleisig. Genau, durch den Bahnhof fährt es jetzt auch auf zweigleisen. Alles in Ordnung. Jetzt werden wir diese Stadt noch anbinden. Und dort auch mal ein öffentliches Personennahverkehrssystem etablieren. Und dann sind wir mit der Folge auch schon fast wieder am Ende. So, ein Depot. Und Haltestellen. Hier werden wir es wie gewohnt handhaben. Hier kannst du ruhig reinformen. So. Und eine neue Linie. So. Das ist Bus. Süester Mühe 1. Das können wir noch kopieren. Jetzt werden wir mal schauen. Was für einen Takt kriegt man mit vier Fahrzeugen. 104 Sekunden, damit können wir leben. Da werden die vier Fahrzeuge glaube ich auch erstmal reichen. So groß wird das Passagieraufkommen hier nicht sein. Das hier unten ärgert mich ein bisschen. Das hier unten ärgert mich ein bisschen. Da ist nämlich die Spannung hier einfach noch nicht ganz so weit. So. Das Terrain ein bisschen angleichen. Das ist nicht mehr so scheiße aussieht. Das ist nicht mehr so scheiße aussieht. Ich glaube die Züge sind auch leicht ungleich verteilt. Du fährst hoch. Du fährst runter. Eigentlich geht's. Wie sieht's denn bei dir aus. Du könntest eigentlich bald, wie es aussieht, ein Upgrade vertragen. Und mehr Hänger. Beziehungsweise nie mehr Hänger, sondern es gibt neue Hänger Waggon. Personenwagen bayerisch. Die werden wir auch brauchen. Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mal ein bisschen Züge upgraden. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.